Für eine fundierte Anlageberatung sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre Lebenssituation wichtige Ausgangspunkte. Sie erläutern uns Ihre persönliche Situation sowie Kenntnisse und Erfahrungen bei der Geldanlage im Gespräch. Damit ermitteln wir zusammen Ihr persönliches Anlegerprofil mit Ihrer eigenen Risikofähigkeit und Bereitschaft. Aus diesem Anlegerprofil wird unter Berücksichtigung Ihrer Ziele Ihre individuelle Anlagestrategie festgelegt. Zudem erhalten Sie bei der persönlichen Beratung wertvolle Informationen zu Ihrer Geldanlage, wie historische Kursverläufe und Simulationen zum Portfolio-Stresstest oder Zurückkehrzeit. Während der Stresstest zeigt, wie groß die Wertschwankungen bei Ihrem Portfolio während den letzten großen Finanzkrisen gewesen wären, demonstriert die Rückkehrzeit, wie lange es gedauert hätte, um wieder zur ursprünglichen Stärke zurückzufinden. Unsere Anlagespezialisten können mit Unterstützung von digitalen Tools Ihr optimales Portfolio augenblicklich zusammenstellen und dieses jederzeit Ihrer persönlichen Anlagestrategie anpassen. Dabei profitieren Sie als Anlagekunde der Obwaldner Kantonalbank von folgenden vier Vorteilen. Umfassende Anlagekompetenz unserer Kundenberaterinnen und Berater, systematische Überwachung Ihrer Anlagen, ausführliches Reporting sowie transparente Preisgestaltung. Sie als Kunde entscheiden, wie viel Beratung und welche Dienstleistung Sie wünschen. Ihnen stehen bei den Service-Sets Anlegen drei verschiedene Anlagelösungen zur Verfügung. Anlegen Premium, Anlegen Plus und Anlegen Basis. Diese drei Service-Sets unterscheiden sich in den folgenden drei Dimensionen. Im Umfang der Betreuung und Beratung, in der Überwachung und im Reporting Ihres Portfolios und in den Informationen, respektive im Service, welchen wir Ihnen bieten können. Sie möchten sich nicht selber um die Verwaltung Ihres Geldes kümmern und den vollen Service für Ihre Geldanlage nutzen? Kein Problem! Beauftragen Sie uns damit! Dank den Service-Sets im Bereich Vermögensverwaltung gewinnen Sie Zeit und genießen den Erfolg unserer Anlagekompetenz. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!